Ich habe jetzt auch einen Fortnite Creator Code, Team Gaby, wenn ihr mich kostenlos supporten wollt, unterstützt mich mega und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video, wir suchen heute Fortbyte Nummer 74, um endlich dieses scheiß Bild mal voll zu kriegen. Man kann es einfach schon sehen, aber trotzdem sammeln wir natürlich die Fortbytes, um neue Sachen freizuschalten. Und ich würde sagen, wir reden gleich lang und finden uns im Land wieder. Bis gleich! Leute, wir befinden uns im Bus ein bisschen hier bei Paradise Pimes in dieses Haus und ich würde sagen, wir fliegen da jetzt hin und sehen uns dann gleich wieder, wenn ich da bin. Bis gleich! Mein Gott, zum Glück gibt es dieses Auto-One. Das wäre ja... Alter, so durch die halbe Karte zu fliegen ohne Auto-One. Oder ich würde da jedes Mal anverlenken, weil... Und zwar, Leute, ist es ganz einfach. Wir machen... Ihr macht mir das jetzt genau nach. Ihr fliegt jetzt einfach hier bei diesen zwei Palmen rein. Und geht hier geradeaus, sammelt eine Waffe natürlich ein, geht hier runter, sammelt die Minis ein, öffnet die Munitionskiste und baut den Akkenschrank ab. Oh, da befindet sich Fortbyte Nummer 74. Nice und erst mal kleine Screenshots gemacht. Und ich würde sagen, wir sammeln uns den direkt mal ein. Nicht, dass wieder so einer kommt und uns wieder tötet wie eben. Oder wie eben vor allem. Wie im letzten Video oder in einer der Fortbyte-Videos. Hat mich einfach jemand weggeholt. War richtig mies. Und natürlich sind die Fortbyte-Videos jetzt alle hier schnell nacheinander produziert. Da ich die gerne alle noch bringen möchte, damit ihr noch Lösungen habt. Weil ich wurde auch gefragt. Warum bringst du das nicht mal? Ich würde das denn nur noch bei dir schauen. Warum nicht? Kann man ja mal machen. Und ja, das war auch schon wieder dieses Fortbyte-Video. Die gehen echt schnell vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann und ciao.